Manchmal frage ich mich beim Stuhlenschmieren, ob es egal ist beim Zusammenklappen der Stuhl, dass sie eine Hälfte nur gar nichts hat und die andere Hälfte dafür zu viel. Wenn ich sie zusammenklappe, merkt man es im Geschmack, macht es einen Unterschied, ob links oder rechts. Der Hauptsache, es ist nicht ungerecht, es ergänzt sich doch, wenn ich sie zusammenklappe, dann ist es eins. Butter, aber wo? Butter, aber wo? Butter, aber wo? Links und rechts. Gerecht. Ausgeglichen, auf beiden Seiten. Schön gestrichen, so muss es sein, dann ist es eins. Butter, aber wo? Butter, aber wo? Butter, aber wo? Ja, so. Links und rechts. Echt. Gerecht.